so freunde willkommen zum review des krieges seven days hunting gegen ring of honor das ist die revanche von ring of honor wir haben das erste duel gewonnen und ja wie man anhand des thumbnails sehen kann hat ring of honor das zweite duel gewonnen also an der stelle glückwunsch der krieg war halt anhand der scores sieht man es ja schon war halt schon man kann sagen war not gegen elend so ein bisschen ja also man merkt dass die starken defensiven dass man das nicht mehr so einfach mit also einfach kompensieren kann dass man da einfach mit der mit der starken farbe reingeht und sowas alles so wie man es immer mal machen konnte die helden wie die auch an und harthor und sowas wollen einfach nicht sterben das ist so das problem ja und ich habe selten in einem krieg auf beiden seiten so viele einstellige punkte gesehen da ist halt albern ja und das hat mich dazu bewogen ein kommendes fokus portal wird krieg der drei königreiche sein ich will diese bitch die auch an ja ganz einfach weil die ist einfach das maß aller dinge da mal ehrlich wir werden es in meinen angriffen aussehen da gehen die irgendwann wirklich die ideen aus wenn du selbst mit starker farbe da einfach dann abprallt als als wäre es nix ja und unabhängig davon dass wir sowieso schon mit den helden sage ich mal vielleicht ein bisschen struggles dass es nicht 1a passt und dann halt auch noch immer unser gutes board dazu das macht immer nur das übrige deswegen ja war ein und schauen mal was es gegen pekin wurde so prinzipiell das was wir sehen ist an sich ja eigentlich nicht schlecht wir haben jetzt hier wir haben wir können hier lila in verschiedenen varianten spielen für udile wir haben hier grün für melendor das gibt uns ein gelbes match für unsere drei gelben wir können hier die die lilanen machen und dann rutscht der gelbe hier hin aber das ist halt nicht geil weil dann machst du dieses match hier und dann hängen die beiden in der luft weil du weißt ja nicht was da unten nachkommt ja das ist ja alles zukunftsmusik hier man muss ja erstmal mit dem arbeiten hier was du hast der rest ist alles glück was danach kommt da kann jetzt theoretisch nur blau nachkommen nur grün oder rot oder halt auch ganz viel gelb das geht natürlich auch so das heißt optionen waren da aber gute optionen waren eigentlich sehr wenig habe ich mich erst mal für für diesen move entschieden weil jetzt hast du gesehen das habe ich nämlich gerade gar nicht mal gezeigt man kann sich in diamanten basteln ja und man hat schon gesehen diesen roten kirk hier diesen roten zack so und dann machst du diesen gelben den ich hier unten gesagt habe der geht dann da hin und dann zack hast du auf einmal den gelben diamanten da stehen ja wer das gesehen hat gerade nicht schlecht gut gemacht so hier haben wir jetzt ein kleines problem ähm normalerweise ist melendor dafür da um zu dispellen weil weil er harter dabei ist ne weil das von christine sich jetzt nicht setzen kann weil da die immunität drauf ist ich habe mir aber gedacht ist egal machst du es trotzdem weil du hast ja gleich auch leo am start und der kann dann gegebenenfalls harter rauskegeln so dann kommt natürlich die kaskade die jetzt nicht unbedingt geil war die auch an fast tot aber er wird halt so erstmal nicht gegönnt und dann habe ich mir gedacht ja die sie muss eigentlich eigentlich muss sie weg dann habe ich mir gedacht ja aber harter wenn du die auch an jetzt nicht wegkriegst ja und dann habe ich harter nicht weggekriegt das war halt das war halt ne scheiße und dann habe ich auch am ende echt glück gehabt so aber das ist ja hier noch längst nicht durch gute frau war fast tot jetzt ist sie wieder voll da ich habe mir gedacht feuerste drauf du hast die gelben wird natürlich gedodged aber bumm kam mega minion aber jetzt haben wir halt ein problem ne ähm starwalker christine die triggern sich gegenseitig aber guck mal immunität und naja da hätte er mir hätte er mir odile rausgehauen keine drecksack so dann tanz überschreibt tanz das ist jetzt halt im endeffekt jetzt musst du halt wieder suchen wo wo findest du was wo kommt was gegebenenfalls äh cecilia ist das ne die ist die ist ja so gut wie weg also wenn man dieses team einmal halt ankriegt ne dass das einmal in flow kommt ist das echt schwer zu besiegen ja melendore gefällt mir da drin eigentlich auch sehr gut muss ich halt auch fairerweise sagen also es ist ich bereue es nicht ihm den doppelten limit break gegeben zu haben ehrlich ehrlich so und das war dann der erste streich gegen pekin nämlich souverän an sich würde ich mal sagen und äh ja man sieht schon was da so steht es stand halt wirklich das schönste noch so weiter gegen lucretia wir wissen wer es ist ähm ja im endeffekt wir können ganz viele buffs klauen ja von mena von harthor geht alles kann man alles machen muss halt nur und wir brauchen nicht viel steine ne also sechs lila ne und dann ist schon mal gut aber so sieht es dann erstmal aus blau ist ja okay aber mit blau werden wir halt nicht den kampf gewinnen ne und da war jetzt erstmal so die überlegung ja bring erstmal ein paar steine hoch da habe ich gemerkt ich hatte ein bisschen den ton an und gewundert was da so im hintergrund die ganze zeit äh da sein tönchen von sich gibt so das ist vom prinzip her kein problem weil wir können mit hohen stiefel das ja wegnehmen dann haben wir da blau und da nochmal blau prinzipiell erstmal gut da warten wir jetzt milena mana buff kann gegeben werden und wird gegeben da hauen wir den panther drauf und da ich jetzt gar nichts anbrennen lassen wollte harthor weg mit magni ganz einfach so weil man meint ist ja erstmal gut ne so habe ich dann gemerkt ich habe die äh benachrichtigungen nicht ausgemacht aber war jetzt nicht kommt nichts geheimes keine panik so jetzt ist aber das problem ähm die lösen alle gleich aus wir haben im endeffekt nicht mehr so viel ne wir haben jetzt ein blaues match was wir dann hier in lila match reinpacken können aber die lösen halt jetzt erstmal aus so und dann ist natürlich ähm der one shot an todesstiefel ja in kombination damit im monat so und dann wird's gefährlich so und da war das problem kann ich nicht weg machen weil wenn ich Milena einsetze dann ist er tot so und deswegen habe ich das nicht gemacht aber er stirbt trotzdem also hätte ich mir das auch sparen können typisch wieder dieser eine hit der eine hit von Mena geht natürlich genau wie bei todesstiefel das ist halt so ähm da wirst du halt irgendwann ärgerst du dich dann nicht mehr rüber weil du wartest halt förmlich darauf ne so und dann kannst du dir schon denken jo du hast zwei starke hitter eigentlich jetzt schon verloren da hast du noch Magni aber Magni gegen vier mh ist ja sehr sportlich gedacht zumal wir auch nicht genug blauer haben für Magni ne das kommt halt noch dazu so dann was machst du dann dann wartest jetzt wieder da geht der Heiler natürlich direkt auch raus so und dann Panther halt auch weg so gut war zu erwarten ne bei zwei Hits dass nicht der erste schon auf den Panther geht war schon ein Wunder so da haben wir jetzt noch ein bisschen Glück gehabt und dann kam Superior Revive das war natürlich ganz nett ich hab echt gedacht ich würde ihn killen können ne hab ich halt echt gedacht aber naja musste ich das so machen das hat natürlich nicht funktioniert weil Teamio ist auch revived war ja klar aber Magni kann ja was ne reviven so und somit konnte ich wenigstens noch die Seite killen so und was tun wir jetzt ja Magni wird nicht jetzt noch fünfmal reviven oder sowas ne hatte ich keine Wahl musste ich halt spielen 154 ist natürlich brutal gut gegen den Softskin so und dann war Feierabend ähm kann es ja mehr nicht machen ja also ähm Hathor rauszuhauen war die richtige Entscheidung und äh danach ja musst du halt gucken wo gehst du hin auf welche Seiten und ähm als ich mit Magni da und Timius angegangen bin das war halt weil alle anderen Softskin hatten so ne ähm ja unglücklich wie Todesstiefel rausgekegelt wurde unglücklich wie Demilynen rausgekegelt wurde dass Milena über 1100 Schaden nimmt auf einmal von Timius auch undankbar lief nicht ja hat sich jemand angeboten das zu clean dementsprechend konnte ich dann auf den nächsten gehen und man sieht schon äh es ist es ist gewaltiger Spaß da so ne und ich muss auch tatsächlich sagen ähm als ich das so gesehen hab hier guck mal das ist das ist alles so das ist so ne so ne typische Konstellation also wirklich viele oh warte mal hier hier können wir direkt gleich mal einhalten ähm ab nem gewissen Punkt also ich glaube ähm am Mittwoch Abend ja früher Abend hab ich das letzte Mal in den Krieg geguckt ich hab gesehen was da läuft ich hab gesehen wie die die Boards so bei bei uns waren und ich hab mir gedacht ne wie willst du wie wie sollen wir sowas gewinnen ja ähm also das wäre als ich das letzte Mal reingeguckt hab wär es echt ein Wunder gewesen wenn wir das auch gewonnen hätten und dann hab ich halt echt nur noch ähm Donnerstagmorgen reingeguckt als ich meine Angriffe gemacht hab also der Krieg ist so an mir vorbeigegangen als ich gemerkt habe ja das läuft bei allen gar nicht hab ich mir schon gedacht okay bei mir wird's dann wahrscheinlich echt geil laufen und ähm ja so hier ist jetzt das Problem der der Diamant ist ja sehr schön Mioni anzumachen auch richtige Entscheidung aber ich kann den Diamant nicht machen weil diese drei nicht reichen für meine beiden so das heißt ich mach jetzt das hier um zum einen rot zu spielen ja aber um vielleicht noch einen vierten grün zu kriegen so hat nicht funktioniert dann Nautica macht ja nicht viel hab ich gemacht hätte ich eigentlich ähm warten sollen theoretisch ich hätte nochmal ein zwei Moves machen sollen warum ich das jetzt nicht gemacht hab weiß ich tatsächlich nicht so jetzt pass mal auf Ray brauche ich auf erster Aufladung natürlich werden werden wieder nicht getroffen ja dafür halt doppelt mal Rocket ich gebe zu ich hätte ich hätte eine Runde noch gerade ein weiteres Match irgendwie machen können aber unabhängig davon dann hätten wir Verus und Schlauzunge einmal feuern können und dann würde es trotzdem jetzt so aussehen was willst du denn da machen mal so gefragt einen blauen Diamant machen ganz viel machen nur nichts mit grün und rot und dann haben wir einen roten Diamant das ist ja natürlich ganz schick aber jetzt löst halt zweite Mena aus dann macht es halt nichts mehr Popit kommt auch Nautica fast am Start ja roter Diamant habe ich gesehen aber ich wollte nicht dass noch ein Stein der irgendwie in Mena fliegt ich wollte es erstmal auf Nautica beruhen lassen und dann so erstmal erstmal in Ordnung noch aber dann wird natürlich Mionier auskommen den Wunderns so und jetzt ist natürlich schon mal mein Heiler Flöten was ja wiederum nicht sonderlich geil ist sondern wollte ich Brauzunge ankriegen wenn ich mir gedacht habe komm muss man ein bisschen den Angriff runter machen wird natürlich getroffen hat mich nicht rot kam dann auch wieder ganz viel Nautica da wieder auslösen habe ich mir gedacht ok Ray zweite Aufladung ist kacke hoffentlich wird er vielleicht einmal getroffen ja habe ich Schwein gehabt aber zweimal natürlich wieder auf Rocket das ist ja der der eigentlich so das meiste machen soll bei uns aber Glück hat Mana boost ist rein aber du siehst halt ich kriege halt kein Grün guck mal Verus hockt da einfach so alleine und keiner will mit ihm spielen irgendwie jetzt sehe ich da hinten Zitrus Holz also spielen wir rot rein Ray Auto Attack irgendeiner terrorisiert mich bei Laien gerade wieder ich hatte schon zwölf mal hintereinander drei zwei mal ja was bleibt mir anderes übrig wir können kein grünes Match irgendwie machen und dann kommt natürlich wieder sowas wo sie dann irgendwie alle wieder also Kombos waren brutal immer irgendwie falsch zur falschen Zeit falschen Ort und da konnten wir natürlich jetzt mal noch mal richtig reinballern aber das Ding ist halt wenn alle den Ball werfen dann ist ja auch klar dass ich das nicht schaffen werde das sind 16 Nachrichten oder sowas mindestens so das war's wieder bleibt wieder ein Rest übrig an der Seite also wer schickt da denn jetzt wieder so viel ähm ja da willst du machen das ist halt wenn wenn du das Timing klar man hatte so zwischendurch das Timing wir haben ja auch viermal hier Ray setzen können sieht man ja auch aber wir starten mit dem grünen Diamanten und danach ist erstmal grün echt flaute beziehungsweise durch Doppelmana kommen wir gar nicht mehr irgendwie zum feuern und Timing war halt auch immer irgendwie ähm Ray feuern weil eine Mena ausgelöst hat aber andere kommt gleich und das war halt auch albern ich gebe zu ja man hätte hier jetzt so im Nachhinein genau bei dieser Szene hätte man also eigentlich hätte ich wahrscheinlich hier blau und hier äh oder hier gelb gespielt die hätte ich hier gar nicht gemacht wenn ich jetzt mal eben gucke die bewegt sich ja na ok da kommt nur grün nach ne also selbst wenn ich hier gemacht hätte oder hier gemacht hätte wäre auch kein grün nachgekommen ne grün ist ja nur hier nachgekommen also hätte das auch keinen wirklichen wirklichen Impact gemacht wenn ich das das Match da gemacht hätte ok also man hätte ein zwei Züge noch machen können in Nautica rein aber anscheinend hätte es auch nichts so dann nächster Kampf gegen DMS ehemalig Seven Days Hunting und man sieht es auch es ist noch da drin also das Herz schlägt noch dafür sehr gut guter Mann so und dann sehen wir auch wieder auch wunderbar ne Hathor mit Nautica ist halt schön ist halt schön man sieht ja auch guck mal hier Dafakir eigentlich richtig solider Scorer ja das war dir auch Handtank machst du nichts da zerschallen dann die Besten ja so hier haben wir jetzt ja genau ich gehe den Weg genau weil ich nicht alles in Hathor spielen wollte ich wollte gucken dass ich meine roten Kriege bevor Hathor auslöst hat nicht funktioniert natürlich nicht so und wenn du dass der Tank vorher auslöst ist scheiße außer du bist so weit wie wir jetzt hier sind dann ist das Sinn aber wenn der Tank halt ein zweimal vielleicht sogar dreimal auslöst bevor du deine Matches hast das ist scheiße das funktioniert dann gar nicht mehr aber so ich meine die Konstellation ist auch nicht gut alle lösen jetzt gleich innerhalb von ein zwei Zügen noch aus zwei haben ausgelöst einer kommt gleich die anderen beiden kommen kurz danach also die Ausgangsbasis ist auch nicht geil aber immerhin hat der Tank nicht vorher dreimal ausgelöst und da wollte ich Nautica weg haben aber ich habe mir gedacht Hathor brennt wenn wir da nicht reinspielen wir haben hier das rote Match weil ich wusste halt dass es nicht reicht deswegen musste ich jetzt warten bis der Brand so weit runter tickt dass ich halt das rote Match machen kann entweder mache ich es jetzt schon oder ich spiele das gelbe unter Farrah ich mache das noch ok gelb unter Farrah hätte man auch machen können aber jetzt wusste ich halt ok die roten reichen so tschau da ist halt jetzt der Aradia Brand dann kommt natürlich wieder eine Kaskade die du überhaupt nicht gebrauchen kannst die man nicht sehen konnte gar nicht und sie darf dann nochmal auslösen geht natürlich wieder auf den Heiler gerade primär auf den Heiler jetzt wieder auf den Heiler danke dafür Spiel so und jetzt siehst du schon oh je da kommt der Blutungsschaden vom Mega Minion durch und unser Freund ist auch da die Kackäule so aber jetzt Mega Minion weg Blutung auch weg aber was willst du machen du brauchst halt irgendwie rot da war Glück gehabt dass Aradia nicht getroffen worden ist so und dann ist natürlich Elkan und Gelat sind wichtig so Aradia vom Mega Minion gekillt worden aber das haben wir geschafft so die PIA ne gut jo dann gegen David ach weißt du was das lassen wir einfach mal so laufen ähm und sie meine meine Defensive die war auch nicht ganz so schlecht ja Schimmerschuppe hat wieder mit einem Lebenspunkt überlebt das war wieder ärgerlich so und dann gehst du halt mit drei starken Roten ein was ist der Sinn dahinter ähm Majana im Kostüm kann Disbellen das heißt wir könnten da gegen Hathor was machen ähm und die Roten halt gegen Fungu um halt da äh Schaden zu machen wohl wissen der Schleim kommt dann und so ne aber ich hab mir gedacht Schimmerschuppe Poppit Citrusholz Krampus dabei kann gut hinhauen Ariel ist jetzt fertig ich werde sie jetzt ohne Kostüm spielen weil sie jetzt halt mehr heilt ja sie heilt jetzt halt 40% und bei den ganzen vielen Lebenspunkten die da im Umlauf sind äh ist das halt mehr als ihre 540 verstärktes Leben ne es kommen immer noch Nachrichten ich wer 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 so aber du siehst halt jetzt guck ich nach alter Lachs du siehst es sind 5 rote Steine da weißt du schon Hathor wird auslösen so jetzt guck ich wer da schreibt ok die Person durfte schreiben so ja was ist passiert Hathor löst aus ja was für ne Überraschung was für ne Überraschung Hathor löst aus so und dann ähm siehst du halt jetzt schon weiter was können wir denn machen guck mal bevor wir überhaupt irgendwie so ein so ein Match haben ist Hathor schon das zweite Mal am Start so und da weißt du halt schon gut ok schön dass ich dabei sein durfte ne alle sind jetzt gleich an wir können wir können nichts machen so und da habe ich in Citrus Holz gespielt der wäre eh also wenn ich jetzt noch noch die Blauen gespielt hätte wäre er eh angewiesen so hatte ich wenigstens noch einigermaßen die Hoffnung dass er vielleicht nur einen Blauen erwischt ja aber ähm ja macht er ja nicht so und das war natürlich dann ähm schönes Match hat mich sehr gefreut also unabhängig davon dass die Defensive nicht schlecht ist ne ähm so gewinnst du auch nicht gegen Quintus Tank mit so einem Board also von daher war es im Endeffekt auch egal wer da so wirklich steht ähm sollte halt nicht sein ja du machst 1300 Schaden und Hathor hat kein Leben verloren so wirklich so bescheuert so und dann dann durften wir einmal Majandertun feuern so dann wird äh ihr wird sagen mal durch den Mega Minion gekillt und dann bin ich rausgegangen da hatte ich dann keinen Bock mehr äh man sieht auch ich hab direkt auch rausgemacht weil ähm ich hab mir dann ne verarschen kann sich ja das ist halt das ist halt Blödsinn also wenn ich mir wieder andere Leute angucke ne was die für Boards kriegen also die anderen die YouTube machen ne da denke ich mir Junge wo ist das denn wo ist das denn in diesem Krieg bei mir ja ich hab auch schon lucky Dinger gehabt ne aber in den letzten Kriegen ist wieder ordentlich auf der Mütze für mich wär auch mal wieder schön wenn man mal so ein schönes Board kriegt ja wo man dann auch mal einen starken Gegner halt dann auch mal besiegen kann ich rede nicht davon äh in drei Zügen gewonnen oder sowas aber das halt dann auch mal richtige Zeit die richtigen Steine nachkommen oder dass man am Startboard schon nicht sieht okay das ist zu 80% verloren wär ja mal schön so und dann ähm letzter Angriff musste ich machen weil ähm da war ich dann auf der Arbeit so im Endeffekt gleiches Spiel in grün ja ähm sieben grüne so sieht jetzt erstmal so nicht unbedingt schlecht aus ne wir können da vier machen so alles gut so brauchen aber sieben oder mehr woher nehmen wenn nicht stehlen okay Arthur erste Maus gelöst Arthur zweite Maus durch eine Kaskade wie schnell ist diese Olla eigentlich geladen jetzt mal ganz ehrlich das ist doch Blödsinn so ist okay wir haben alle Helden am Start Vivica Antalassa Antalassa macht Überheilung und gibt Schutz vor Popit das war der Plan so jetzt feuern wir dahin weil er macht mehr Schaden gegen Überheilung und Liana macht mehr Schaden gegen Eis also auf Popit komm gefühlt ist das ein Lebenspunkt der da jetzt noch steht ja passt ne passt passt zum zum ganzen da hab ich gehofft vielleicht kommt Grün nach nein kommt nicht nach so Titus Holz ist okay hat keiner hat Mana alles gut so Arthur löst aus zack wieder Popit gut gefüllt von gefühlt einem Lebenspunkt hoch so Christine kann auch nichts machen also Talassa auch super Entscheidung alles easy aber jetzt wird es halt dann auch irgendwann wieder Zeit dass wir dann doch nochmal Grün kriegen müssten passiert natürlich nicht jetzt können wir da wieder gucken Arthur löst wieder aus woher sie auch immer dieses ganze Mana immer nimmt dass sie da permanent auslösen kann so wir sehen da das gelbe Match das dann in blau geht mit einem grünen Stein ja alles alles wunderbar so und dann kommt der Diamant so und dann guck dir das an ich möchte nochmal sagen ich ich sehe das hier ja aber wie in Gottes Namen willst du wenn du das hier machst ich sehe ich sehe dass er bald am Start ist ich sehe dass das meine einzige Chance das hier nicht dann würde er auslösen deswegen spielen wir das hier in die gelben weil ich dann sehe okay ich kriege blau dann habe ich Thalassa an wichtig ich muss heilen ich brauche Immunität wichtig wie in Gottes Namen sollst du sowas sehen und dann sind alle an und dann habe ich das Handy weggelegt ich habe es einfach weggelegt ja fertig fertig bin ich rausgegangen zack auch auch direkt abgebrochen mal ganz ehrlich du du spielst ganz ganz vorsichtig da in der was anderes was anderes hätte ich in der Situation ja auch gar nicht machen können da sind wir schon zu weit so hier was sollte ich denn hier in der Situation machen was Sinn ergibt das hier das gelbe Match rüber macht nicht wirklich Sinn ja den hier hätten man hätte den hier machen können wäre gleich den grünen gewesen so die blauen das hier Bewegung macht keinen Sinn weil du willst ihn ja nicht triggern du hast ja immer noch die Hoffnung dass du vielleicht grün kriegst und dann Damage machen kannst aber am wichtigsten war tatsächlich Thalassa ankriegen weil wir mussten heilen und dann haben wir das Match hier und dieses blaue Match eigentlich ein No-Brainer welches Match du machst und dann hat mich dieser Wichser er hat er hat mich einfach wieder geschlagen es ist es ist immer immer ist er es jedes mal und ich habe beim letzten Astral-Elfen-Portal nichts gemacht gar nichts ja er war wieder vorgestellt weißt du selber wird er demnächst genervt gib ihm mal noch damit das jetzt alles ein bisschen ruhiger wird gib ihm mal noch einen Monat so August September rum ist der dran bin ich fest von überzeugt deswegen beschwöre ich jetzt auch nicht mehr für den Astral-Elfen sind für mich abgeschlossen lohnt nicht mehr ich hatte meine Chance hat mich gut Geld gekostet und kam nichts und der Penner ballert mich halt trotzdem jedes Mal weiter raus das ist halt so mit Sachen manchen Sachen die musst du akzeptieren weil du kannst es halt nicht ändern ja und das war halt wirklich zum Abschluss echt eine Frechheit wieder dass das du kannst nichts machen das ist das was mich am meisten triggert einfach nicht die OP-Helden oder sowas vielleicht ein bisschen aber diese diese Sache dass du halt dass du halt hilflos dabei sitzt und dir das anguckst aber das fuckt mich ungemein ab kack startboard ist scheiße ja es ist aber dann auch blöd wenn du dann halt gute Moves machst spielst und wie auch immer was jetzt gute Moves ist ist egal aber entweder kommt dann nichts dann kommen dicke Kaskaden dann kommt sowas wie jetzt und du hast auf alles keinen Einfluss drauf das das nervt mich das das bringt mich zu Weißglut ich kann verlieren aber nicht so so nervt es nervt es brutal und ja im Endeffekt hab ich mir gedacht gut spiel schön dass du es so machst machst es mir leicht kein Geld auszugeben dann lassen wir das weil ich hatte nämlich eigentlich vor an dem Tag da was zu kaufen hab ich dann gesagt nö mein nicht Angebot ist ausgelaufen da ist drauf ja also es war nicht nur bei mir so lief auch bei allen anderen so man sieht den Score ja es ist man muss vielleicht jeder davon abgehen 200 Punkte Average irgendwie oder dass die Scores hoch sind man muss sie vielleicht auf solche Scores einstellen wenn halt Allianzen gegeneinander spielen die die Kriege über die Defensive gewinnen ja das ist halt das war reine Defensivschlacht welche Defensive steht besser und da ging es primär fast gar nicht um die Offensive so gefühlt ja bei manchen Allianzen weißt du okay die haben eine krasse Offensive die ballern uns eh weg egal was wir haben hier hat's die Defensive entschieden und tatsächlich auch ähm Tagesform ne also er hat am Ende des Tages die weniger schlechten Sports gehabt weil ich bleibe dabei auch wenn das nächste Duell jetzt an Hunting oder an Ring of Honor geht wir sind gleich stark das ist Tagesform abhängig ganz einfach und ähm und vielleicht auch Modus abhängig keine Ahnung weil sie nicht wir werden sehen wie das nächste mal läuft ähm und dann hoffentlich vielleicht auch mal auch für beide Seiten ne ich rede jetzt nicht nur von der Hunting Seite sondern auch dafür Ring of Honor dass man mal so einen schönen Kampf hat und dass es dann am Ende keine Ahnung irgendwas mit 6000 auf beiden Seiten ausgeht oder sowas wäre doch auch mal vielleicht mal was schönes naja gut okay also das haben wir verloren war aber relativ früh schon klar tatsächlich ähm gut alles drauf ganz einfach bringt nichts darüber nachzudenken weil ähm das nächste Mal kannst du theoretisch mit den gleichen Helden 6 von 6 gehen wenn die Bots besser sind ist halt einfach das ist halt das Traurige dabei und ähm ja damit habe ich mich genug beschwert vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns dann macht's gut ciao ciao